Ah, da haben wir ja Weisheiten. Cool, also die Drennei beginnt mit der Zerstörung der Wahrheit. Ganz genau so ist es. Sehr gut. Da seht ihr, da denken Leute noch mit, wer Unrecht schweigt, dass sie ihm zugefüßt werden. Und das schmeißt einer halt um die Ohren. Wenn die Klammern, wenn die Kleinen auf den Tisch nehmen. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal AL. Bye. Bye. Vielen Dank.